Okay, Miss Light, sagen Sie uns doch mal, was Sie heute so erlebt haben. Es waren immer wieder andere Kinder da, die viele verschiedene Circus-Stickling ausprobieren durften. Ja, das ist ja sehr interessant. Und was hat Ihnen da von dem am besten gefallen? Wie viel Freude und Spaß die Kinder dabei hatten. Bis zum nächsten Mal.